Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Kommen wir heute zu Anzug Nummer 4. Ein wunderschöner Kordanzug, ich komme mal ein bisschen näher, damit ihr Kord auch erkennen könnt. Eher feiner, nicht so ein ganz grober Kord. Und zwar ist dieser Stoff von Brisbane & Moss. Vielleicht kennt ihr manche von euch, Brisbane & Moss ist auf jeden Fall ein extrem renommierter Stoffhersteller. Ich glaube so 1850 in Yorkshire gegründet und die sind spezialisiert auf Baumwollstoffe. Also Kord, Twill und ja, das ist der neuste in meiner Sammlung. Ich habe auch gar keinen anderen Kord, würde aber gerne den noch in Navy haben. Und wir können uns den hier mal angucken. Also, wir haben Piklapels, schön breit. Dann haben wir zwei Taschen mit Putter. Und zwei Schlitze. Ich zeige mal, ich zeige mal ganz kurz hier, wie der so an mir fällt. Wie der so aussieht. Und ich muss sagen, wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Sehr schön. 400 Gramm, das heißt nicht besonders leicht, aber auch nicht so schwer wie zwei andere, die ich euch noch vorstellen muss. Also ist so ein, trotzdem für mich so ein Drei-Jahres-Seiten-Anzug. So, von innen habe ich ein Champagner-farbenes Lining, was ich finde sehr gut zu dem Braun passt. Und wir können uns ja mal die Hose angucken. Übrigens habe ich noch gar nicht erwähnt. Der Stoff ist zwar von Brisbane & Moss und die Maßanfertigung hat Rooks & Rocks gemacht. Da gibt es auch Filialen in Berlin, in Hamburg. Ach, ich glaube, die expandieren ziemlich schnell. So, wir haben eine Bundfalter. Wir haben Gürtelschlaufen diesmal, kein Side-Adjuster. Das wollte ich bei der haben. Der Umschlag. Die Turn-Ups sind ungefähr, ich würde mal sagen, 5 bis 5,5, vielleicht auch 6 cm lang. Breit, wie auch immer man es nennen mag. Wirklich schön gerade geschnitten. Und wir haben die Knöpfe für die Hosenträger bereits drin. Dieses Braun zu kombinieren ist ehrlich gesagt ziemlich einfach, denn außer Schwarz passt jetzt sowieso ziemlich alles. Und es ist so, der Ton ist so hell, dass auch Schwarz eigentlich überhaupt gar kein Problem wäre. Aber zu Navy, zu Blau, zu Grün sieht dieses Braun ganz, ganz toll aus. Ich finde, auch durch das Material, durch den Kord, kann man den so wunderbar downdressen, so ein bisschen in die Preppy-Richtung. Und es hat immer so einen leichten Ostküsten-intellektuellen Look. Ein Crewneck mit einem Oxford-Button-Down drunter oder auch ein Rolli, glaube ich, sehr, sehr schön. Also den werdet ihr in Zukunft ein bisschen sehen. Dann lasst euch von dem Maximilian Mock-Hänger nicht in die Irre führen. Rooks & Rocks, der Stoff ist Brisbane & Moss. Und ich glaube, Brisbane & Moss ist auch so das Nonplusultra, was Kord angeht. Es gibt noch Visconti, auch bekannt. Und das ist so ein bisschen das Ding. Ich hätte den gerne Navy, aber das Navy, das Blau von Visconti, ist schöner als das Blau von Brisbane & Moss. Deshalb muss ich mal gucken. Ich habe nur ein Handyfoto geschickt bekommen. Ich muss mir das einfach in Persona nochmal angucken. Und dann werden wir auf jeden Fall viele schöne Outfits mit diesem Anzug haben, ihr Lieben. Wir sehen uns bei Anzug Nummer 5. Und ich drücke euch fest, ihr Lieben. Bis übermorgen. Bis übermorgen. Bis übermorgen. Bis übermorgen. Vielen Dank.